So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Luke L.V. hier mit Rich Beam und Rich, was ist auf der Geist dieser Spieler heute? Schau am Ende des Tages, diese Spieler wollen eine Sache und eine Sache. Und das ist der Korn-Fairy-Tour-Karte. Und um das zu tun, müssen sie in den Top 50 am Ende des Events enden. Ich freue mich heute, das ist sicher! Aber ich soll, ich soll euch schön grüßen. Drücken wir uns mal die Daumen. Neues Turnier, neues Glück hoffentlich. Wow, das war nur richtig. Und wir sehen, was ich hier heute tun kann. 2nd Schild hier über die 1. 1. Wow, da wurde gepluppt, ey. Da wurde gepluppt, richtig eingesaugt. Es ist auf einer guten Linie. Ja, das hat es geschafft. Da will ich nicht rein. Scheiß Bunker da. Bunker und Boogie will ich nicht. Okay, Wasser will ich auch nicht. Das ist ein guter T-Shot, das ist. Uh oh. Zeit für den zweiten T-Shot, hier auf der zweiten Halle. Hier ist immer schön, der muss schön weit kommen. Da brauchen wir nicht so weit über die Schräge darüber. Weil da vorne ist, da vorne ist ja, ist ja, ist ja die Kante vom, der Buckel von unserem Lochberg. Lochberg, ja. Ne, wo nichts drauf ist. Ich kann aber nicht. Hä? Mehr kann ich nicht schrauben. Ja, warte mal. Ich probiere so. Verkackt, ich habe verdreht. Ich habe irgendwie verdreht nach links. Pitchy Ridge. Das war ein bisschen aus Kontrolle, ich denke. Ich bin ein bisschen kurz mit diesem Effort. Nicht schlecht, aber nicht schlecht. Komm ruhig zurück. Komm ruhig zurück. Ein Paar-Putt auf dem Tisch. Aha. Ah. Wahnsinn. Schiff Is currently tied for six Teeing off here at the third hole are three measuring 208 yards a difficult par three to say the least Okay Opting for the hybrid I think Scheiß bunker Oh That one seemed to get away from the rich not taking enough club to get it there Ah Roll zurück Okay Safely on the surface a chance for a puck to be hold here And he needs this to save par Oh What a stroke Oh Oh Woah Angelegt oder was den Platz The fourth TPC Boston Rich A great short power four Players looking to make birdie or better The only difficulty is finding that front bunker That's when big numbers can be had For sure birdies galore Oh 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 Ich dachte schon Das sah so knapp aus, ja So So Jetzt müssen wir über den Links drüber kommen Und dahin Da ist das gefährliche, die kante da zwischen dem bunker und dem loch Hier oben Das ist grün, heißt das hier Ah tanto Alles grün Aber da oben wo das loch ist Ah Ah Stück ist das schade es ist abgericht über zum schluss hoffentlich gut zu unseren schluss und was in front of them there hinny setting up here from about 185 yards erfurt in erfurt war ich auch schon in erfurt war ich auch schon das auch schön das wäre schön ja wer weiß wie das aussehen wahrscheinlich ein schlag gespart mal sehen wie es wird wieder zwei runden ja ja 180 yards out. Just a couple back from our leader. Getting ready to play their third. He's two shots back. Just four feet remaining between him and the hole. Nein, normalerweise hätten wir doch jetzt geschossen, ja? Oder? Ihr nicht? This looks like it's got the speed and the light. Yeah, good job. Nice power. Oh, so ein riesen Sandloch, ja? Boah. Ha. Come da weg. Oh, komm da bitte weg. Hallo. Stopp. Sehr gut. Da hat er uns die Markierung genau hinter dem Bunker da gelegt. Das heißt also, wenn wir zu schwach sind, frisst uns der Bunker. Siehste, da hat er uns. Oh, jetzt hat er. Mach ich gar nicht. Die Hoffnung, die Hoffnung wollte schon anfangen aufzukeimen. Okay. Und hier we are with the third shot. Jetzt schießen wir eben aus dem Bunker. Two shots off the pace. Was ja nicht so, dass wir Angst vor dem Bunker haben. Aber wo ist denn unser Loch? Da oben. Noch ein Bunker? Ich wollte schon sagen, da wollen wir noch gar nicht. Nicht, dass der uns auch noch haben will. Der hat sich so, dass der uns auch noch haben will. Die alles erklärende Linie. Die alles klärende, nicht erklärende. So, eins, zwei. Eins, zwei. Zwei Felder. Eins, zwei. So. Teste Koche. Teste bitte mal. Vielleicht klappt es hier eigentlich. Ah. Das ist zu schlecht. Und dieses ist für seine Part. Und wir halten. Wir gehen. Ich werde das jetzt auch in der Top 5 nehmen. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, 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 ähm. Das ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt. Das ist aber noch weit weg. Ich bin schon ein paar Füße. 40. 30. 30. 30 Fuß. Oh. So. 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 noser. Bitte, 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 bitte. Bitte. Oh. Endlich mal. O. Ach. Schöhn. Och, ist das schön. Wo ist die Sechflasche? Äh. Och. Shampoos. Ah. Die Freude des kleinen Mannes. Eingelooft. Ja, wie gesagt, irgendwo sammle ich die Einspielungen hier, aber ich weiß nicht, wo sie gespeichert sind.